Mein Arbeitgeber ist die Zürich Österreich und wir bieten perfekte Versicherungslösungen für unsere Kunden und Kundinnen an. Ich bin Schadenreferentin, das heißt ich habe mit den Kunden zu tun und wir bearbeiten täglich die Schadenfälle, die reinkommen. Ich bin in der Rechtsschutzsparte, das heißt wir sind für rechtliche Angelegenheiten sozusagen der Versicherer. Meine Aufgabe ist es eben Versicherungslösungen für Privatkunden als auch für Firmenkunden zu finden. Meine Position ist die Lead Software Backend Developer Rolle. Meine Aufgabe ist es, die Software, mit der unsere Kundinnen und Kunden, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten, zur Verfügung zu stellen. Meine Position ist Versicherungsberaterin im Außendienst und ich suche bzw. biete den Kunden die bestmöglichen Versicherungsmöglichkeiten an. Der Arbeitsstandort ist Wien-Heiligenstadt im 19. Bezirk. Räumlichkeiten sind sehr modern, hell, das ganze Gebäude ist ziemlich neu und bietet ergonomische Arbeitsplätze. Wir haben viele diverse Benefits, unter anderem, dass wir das Gesundheitsmanagement sehr ausgebaut haben. Es gibt das Vitalcenter, was für die Mitarbeiter zur Verfügung steht. Das ist ein Trainingcenter, wo man dann nach der Arbeitszeit trainieren gehen kann. Vergünstigungen, ja na klar, also wir haben natürlich auch Mitarbeiterversicherungsangebote in allen möglichen Bereichen, wo wir natürlich auch top abgedeckt sind von den Leistungen und auch von den Preisen. Die Karrierechancen sind durchaus gut. Man hat einen eigenen Personal Development Plan. Man wird darin unterstützt, dass man sich auch beruflich und persönlich weiterentwickelt durch Seminare, aber auch zum Beispiel durch interne Switch Days, dass man in einer anderen Abteilung schnuppern gehen kann und auch andere Arbeitsplätze einfach für sich kennenlernt. Bei der Zürich Academy gibt es interne Weiterbildungsmöglichkeiten in Soft Skills und Hard Skills. Eine meiner letzten war mit dem Titel Führen ohne Macht, da ich eine fachliche Führungsrolle auch innehabe, wurde ich da auch in Social Skills geschult. Ich habe die Ausbildung zur Frauenvorsorge gerade durchlaufen. Es ist so, dass wir Frauen in der Pension einfach weniger Geld zur Verfügung haben und wir da besonders darauf Wert legen wollen, dass die Frauen, die wir draußen betreuen, nicht in die Altersarmut rutschen. Die Werte von Zürich sind auf alle Fälle Respekt, Offenheit und Toleranz und wir wollen das beste Kundenerlebnis am Markt bieten. Wenn ich an die Zürich Österreich denke, denke ich an ein familiäres Umfeld und was mir hier halt so gefällt, dieses gemeinsame Miteinander. Wir arbeiten wirklich gemeinsam an den Projekten, egal ob wir jetzt von Wien aus in die Bundesländer verstreuen oder wieder retour.